Ich möchte es euch auch nähe bringen und auch erzählen, wie ich das mache und auch warum. Warum baue ich dieses ausgerechnet, dieses mein eigenes, innovatives Haus? Das liegt mir einfach am Herzen. Und dafür mache ich auf dem YouTube-Kanal, welchen ich gegründet habe, verschiedene Videos dazu und erkläre auch, welche Gründe dazu geführt haben, dass ich unbedingt dieses innovatives Haus baue. Ich brauche eure Hilfe, ich brauche eure Unterstützung. Einfach, um ein bisschen kreativ zu sein, kreativ das Ganze zu gestalten, denn ich möchte, dass so viele Menschen darüber erfahren, nicht nur ein Haus zu bauen, sondern etwas tiefer in die Problematik gehen. Und auch mir geht es darum, dass viel mehr Menschen sich mit der Problematik, mit dem Thema innovatives Haus, nachhaltiges Haus beschäftigen und sich selbst auch die Fragen stellen, warum muss es ein modernes, innovatives, nachhaltiges Haus sein? Aus welchen Materialien soll es gebaut werden? Was muss als Heizungsanlage beinhaltet werden? Und so weiter und so fort. Mir ist es ganz, ganz arg wichtig, dass die Menschen sich selbst die Fragen stellen und an meinem Beispiel sich auch Gedanken machen können, was sie oder wie sie das Ganze realisieren können. Und dazu brauche ich eure Unterstützung, eure Hilfe für die Namensfindung. Und jetzt geht es mir einfach um die Namensfindung für meinen YouTube-Kanal, damit es viele Menschen gleich erreicht, damit wir einfach die Welt verbessern. Mir geht es darum, dass wir unsere Umwelt schützen, dass wir ökologische, nachhaltige Materialien bei dem Hausbau verwenden. Und mir geht es einfach um eine bewusste, ökologische Denkweise bei vielen Menschen, bei vielen bewusst denkenden Menschen geht es mir darum. Ich freue mich über eure Unterstützung, über eure Ideen zu dem Namen von dem YouTube-Kanal und wir sehen uns. Ich freue mich über eure Hilfe für die Namensfindung. Vielen Dank.